So, jetzt am Start. Andreas Engel, Rocksteam-Zaun mit 4.30 Uhr. Es spielt jetzt der Schiff-Zaun. Ein Betrieb von einem G192 Zylinder-Boxenmotor. Und man kann sich vorstellen, Boxenmotor in so einer schmale Nullverhauber, ein Zwar, das ist alles einfach. Es geht auch nicht so richtig. Deswegen haben die Jungs großen Chancen die Motore vollendet gestellt. Das heißt, 18 da oben, 18 da unten. Kommt, schau bitte, bitte. So geht's. Malen, das sind also schon mal Amal, können wir doch rausschreiben. Wer hat Playpo2-Or enge Baden-Kaste? Es ist toll. Ich nehme die söylenite. Das ist der Glückwunsch. Ja, der hat seine Kraft, der geht jetzt auch mal raus. Das war die Akku in der WM-9. Da gibt es noch wenig viel zu sagen. Es gibt kaum einfach so etwas. So wie kann man das wie in der WM-9. Das war die Akku 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 in der WM-9.